Kapitel 1 Übung A1 Hören und lesen Sie Guten Morgen. Ich heiße Franziska Binder. Ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne in Wien. Ich bin Lehrerin. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Spanisch und Englisch. Guten Tag. Mein Name ist Peter Heinemann. Ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Marburg. Ich bin Informatiker. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne jetzt Japanisch. Hallo. Mein Vorname ist Sarah. Mein Familienname ist Meunier. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich. Ich bin Studentin. Ich studiere in Paris Medizin. Meine Muttersprache ist Französisch. Ich spreche sehr gut Englisch und ein bisschen Spanisch. Ich komme aus Frankreich. Vielen Dank.